Daily Motivation auch heute am Weibel Fasnach ist auf jeden Fall nicht stehen zu bleiben und den Spagat zu schaffen zwischen Spaß und zwischen Arbeiten. Natürlich ist es ein Tag, ich kenne es aus der Vergangenheit, ich bin ehrlich, wo du auch mal gerne über deinen Durst feierst und dann nicht arbeitest. Aber ich habe mir einfach gesagt, gerade wenn du so einen geilen Fokus hast, dann ist es wichtig, dass du natürlich diesen Spaß mitgehst. Weibel Fasnach hier in Köln Karneval muss man feiern, das ist legendär. Wer nicht feier, der ist eigentlich Kölner oder Kölnerin und deswegen habe ich mir gesagt, ich mache den Spagat zwischen Feiern und zwischen Arbeiten, also Work Hard und Party Hard und morgen früh bin ich dann im Schwimmbad und mache meine Bahnen. Könnt ihr alle gerne auf Facebook schauen, ja wahrscheinlich kommt der Film später, aber es wäre dann der Freitag, falls es doch noch rausgehen sollte. Ansonsten sage ich, niemals aufhören, weiterzuarbeiten, egal wie viele Leute ihr euch abwenden wollen mit Party, weil das sind eigentlich nur Leute, die dich vom Fokus aufhören wollen. Ansonsten sage ich, niemals aufhören, weiterzuarbeiten, egal wie viele Leute, die dich vom Fokus aufhören.